Hallo Leute! Und zwar möchte ich heute mal versuchen, nachdem ich schon gescheitert bin, in Österreich eingebürgert zu werden. Wir möchten dir gerne Nachrichten zu unseren spannendsten Artikeln und Verlosungen senden. Nein, danke. Möchte ich es heute in der Schweiz probieren und schauen wir mal, ob wir den Einbürgerungstest der Schweiz bestehen würden. In welchen drei Kantonen werden die Landessprachen Deutsch und Französisch als Amtssprachen verwendet? Also Freiburg? Ist Freiburg nicht in Deutschland? Ich glaube, die Schweiz wird wahrscheinlich auch in Freiburg haben. Okay, also Freiburg klingt schon mal nach sehr an der französischen Grenze, zumindest das Deutsche. Genf klingt als wäre da irgendwas Romanisches drin, genauso wie Wallis. Graubünden klingt jetzt nicht als, klingt nicht sehr französisch, also nehmen wir die drei hier. Wie viele Unterschriften braucht es für eine Volksinitiative in der Schweiz auf Bundesebene? Ich denke mal, um die zu starten, 50.000 ist das genug? Nach welcher Staatsform funktioniert die schweizerische Eidgenossenschaft? Mischform von direkter und parlamentarischer Demokratie? Welche staatliche Unterstützungsleistung bekommen alle Familien in der Schweiz? Ich würde mal tippen, Kinderzulagen? Das ist viel einfacher als der österreichische Test, weil hier kann man nur eins anklicken. Was bedeutet in der Schweiz das Wort Röstigraben? Das klingt nach Leuten, die auf die Felder gehen und Kartoffelpuffer ausgraben. Aber das kann es nicht sein. Der Röstigraben. Vielleicht die kulturelle Grenze zwischen der deutschen und französischsprachigen Schweiz. Obwohl wir jetzt gerade eben schon bei der ersten Frage gelernt haben, dass mehrere Kantone halt beides haben. Aber wer bezahlt keine arbeitslosen Versicherungsprämien? Pensionierte würde Sinn ergeben. Lernende in einem Betrieb. Ich sag mal Pensionierte. Das ist Quatsch, wenn die das bezahlen. Was macht den Schweizer Henry Dunant berühmt? Er und Gustav Meunier waren Entdecker und Forscher. Er gründete den Friedensnobelpreis. Er gründete das Rote Kreuz. Ich glaube, das Rote Kreuz war eine Schweizer Erfindung. Sagen wir mal Rotes Kreuz. Frauen und Männer sind laut Verfassung und Gesetz in der Schweiz gleichberechtigt. Dies bedeutet, in politischen Gremien müssen gleich viele Männer wie Frauen vertreten sein. Das glaube ich nicht. Frauen und Männer haben grundsätzlich die gleichen Rechte. Das klingt nach kochendes Männersachen. Okay, vielen Dank. Das ist wie auf 9 live die Antworten hier. Welchen Versicherungsbeitrag wird Angestellten direkt vom Lohn abgezogen? Welcher Versicherungsbeitrag wird Angestellten direkt vom Lohn abgezogen? Für die Auto- und Unfallversicherung glaube ich nicht. Arbeitslosenversicherung denke ich schon. Die Stadversicherung glaube ich nicht. Wie viele Mitglieder hat der Bundesrat? Ich glaube 7. 7 klingt irgendwie richtig. Ich weiß nicht warum. Wie hat die Schweiz in den letzten, wie hat sich die Schweiz in den letzten 150 Jahren wirtschaftlich entwickelt? Von einer Agrar- über eine Industrie zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Von einer Industrie über eine Agrar- zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Von einer Industrie über eine Dienstleistungs- zu einer Agrargesellschaft. Da würde ich sagen, eins klingt am wahrscheinlichsten. Wer ist in der Schweiz in erster Linie für die Volksschule verantwortlich? Die Bundesschulverwaltung, die Kantone und Gemeinden oder der Volksschulrat? Volksschule, Volksschulrat klingt gut. Bundesschulverwaltung klingt auch gut. Die Kantone und Gemeinde könnte sein, dass die Gemeinden für die Volksschule, die Gemeinden quasi für die Grundschule verantwortlich und alles andere wird dann vielleicht von der Bundesschulverwaltung geregelt. Sagen wir mal die Kantone und Gemeinden. Welche beiden Kantone verbindet der Gotthard-Tunnel? Glarus und Uri, Uri und Graubünden, Tessin und Uri. Ich sag mal Tessin und Uri, weil das sind zwei Wörter, die ich schon mal gehört habe. In welcher Stadt findet man diese Wahrzeichen? Die Kappelbrücke steht in Zürich. Über die Kappelbrücke läuft man in Luzern. Die Kappelbrücke findet sich in Bern. Das reimt sich sogar sehr schön. Also, so als kleinen Hinweis kann man Berge im Hintergrund sehen und ein See. Wo ist denn, wo ist denn, ist das ein See oder ist das ein Fluss? Brücke über den See ist irgendwie Quatsch. Also wird das ein Fluss sein? Ich glaube, Bern liegt an dem Fluss. Was bedeutet Föderalismus? Alle Staatsaufgaben unter den Kantonen sprechen sich untereinander ab. Kantone fördern und helfen sich gegenseitig. Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung geschränkt ist, nehmen wir das. Wie heißt das Schweizerische Parlament? Bundesversammlung? Bundestag? Delegiertenversammlung? Ich denke mal Bundesversammlung. Was bedeutet RAV? Es gibt nirgendwo ein R drin. Versicherung gegen Invalidität. Hilfe bei Krankheit und zahlt ein Teil der Prämie. Arbeitsvermittlung hilft bei Arbeitslosigkeit. Ich denke mal das. Was bedeutet das passive Wahlrecht in der Demokratie? Man kann zur Teilnahme an Wahlen gezwungen werden. Man muss beim Auszählen der Stimmen helfen. Man ist für ein politisches Amt wählbar. Was versteht man unter der fünften Schweiz? Das Fürstentum Lichtenstein. Die Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland leben. Die reto-romanische Schweiz. Ich denke mal die, die im Ausland leben. Oh. Gottes Willen. Welches ist das Wappen des Kanton Uri? Ach du liebe Zeit. Sieht aus wie Turnschuhe. Sieht aus wie Brandenburg. Nehmen wir das. Eine Gruppe Schweizer Männer beschützt den Papst und den Vatikan. Wie heißt diese Gruppe? Das ist die Schweizer Gerade. Welches Ereignis führte 1798 zur politischen Neuordnung der Eidgenossenschaft? Die Einführung der allgemeinen Schulpflicht 1798 glaube ich nicht. Revolution im Wartland, was auch immer. Der Einmarsch der Franzosen in der Schweiz. Ich glaube, das ist passiert. Wie wird die AHV finanziert? Durch die Mehrwertsteuer, durch Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge, durch Tabak- und Alkoholsteuer- und Mehrwertsteuerprozente. Auch durch die rechte Bundessteuer. Machen wir mal das. Welches ist die wichtigste Aufgabe des Bundesrats? Er amtet als Richter bei Rechtsfragen. Er erlässt neue Gesetze. Er führt die Regierungsgeschäfte. Der Bundesrat. Ich würde sagen, er erlässt neue Gesetze. Welches internationale Amt hatte Carla de Ponte zwischen 1999 und 2007? Ah, da, da! Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Nicht der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Der, wie wir gelernt haben, das letzte Mal in Straßburg ist. Chefanklägerin der Strafgerichtshof in Den Haag. Botschafterin in den USA. Chefanklägerin, sagen wir mal ja. Wofür ist der Bundesstaat zuständig? Für die Außenpolitik? Für die Organisation der Volksschule? Für den Erlass von Bauordnung? Für die Außenpolitik? Welche Aussage zur Exekutive auf Bundesebene Bundesrat ist wichtig? Die Bundeskanzlerin, der Bundeskanzler wird gleichzeitig mit dem Bundesrat gewählt? Glaube ich nicht. Der Schweizerische Bundesrat ist eine Einparteienregierung? Glaube ich auch nicht. Im Bundesrat müssen mindestens drei Frauen vertreten sein, Quotenregelung. Vielleicht? Was wurde im Wiener Kongress von 1815 international verbindlich festgelegt? Immerwährende Neutralität der Schweiz, Recht auf eigene Währung, die Unabhängigkeit der Schweiz von Österreich. Kann der Wiener Kongress einfach festlegen, dass die Schweiz neutral ist? Für immer. Fühlt sich nicht richtig an. Das Recht auf eigene Währung, ich glaube, die Unabhängigkeit der Schweiz von Österreich. Wer muss obligatorische Sozialversicherungsverträge, IV, EO und ALV bezahlen? Alle Erwerbstätigen ab dem 21. Leben. Alle Unselbstständigen werden ab dem 21. Leben. Wenn ich in diesen 18 Jahre alt werde, alle Erwerbstätigen mit einem Arbeitspensum von mindestens 10%. Sagen wir mal das. Aus welchem Jahr stammt die aktuell gültige Verfassung der Schweiz? Hallo Björn. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube mal 73, weil so alt ist sie bestimmt nicht. 18 bis 25 Fragen richtig bestanden. Siehst du mal. Die Schweiz möchte mich haben. Sehr schön. Danke. Danke Schweiz. Dabei habe ich keine Ahnung. Jo. Also, die erste Frage mit Bern, Freiburg und Wallis hatte ich richtig beantwortet. Die zweite hatte ich falsch beantwortet. Das sind tatsächlich 100.000, nicht 50.000. Kinderzulagen habe ich, pensionierte habe ich, grundsätzlich die gleichen Rechte habe ich, gründete das Rote Kreuz ist richtig, Arbeitslosenversicherung, sieben Mitglieder ist richtig, cool. Die kulturelle Grenze zwischen der deutsch- und französischsprachigen Sprache ist der Röstigraben, ist auch richtig. Von ein Agrar über eine Industrie zu einer Dienstleistung habe ich auch richtig. Kantone und Gemeinden. Luzern. Okay, Luzern. Hade ich falsch. Habe ich richtig? Bundesversammlung. Habe ich richtig? Glaube ich. Oh, ne, habe ich nicht. Habe ich? Habe ich nicht. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe ich, glaube ich, nicht. Habe ich. Wow, das war geraten. Habe ich. Die Bundeskanzlerin hat gewählt. Habe ich, glaube ich, nicht. Habe ich. Oh Gott. Die immerwährende Neutralität der Schweiz wurde beim Wiener Kongress festgeschrieben. Das geht. Das heißt, wenn die Schweiz jetzt sagt, nee, wir finden China toll und helfen denen, dann können alle sagen, nee, hier, Wiener Kongress 1815 beschließt und da verstehst du gegen. Okay. Na gut. Ah, 1999. 1999. Aus dem Jahr stammt die aktuell gültige Verfassung der Schweiz. Wow. Okay. Gut. Vielen Dank. Also, ein Land möchte mich schon mal. Finde ich gut. Dann gucken wir mal beim nächsten Mal, was wir dann machen. Ich bin so ein bisschen, was Sprachen angeht, eingeschränkt. Also, so Deutsch, Englisch, vielleicht Dänisch könnte man, ob ich simultan die Fragen übersetzen kann, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Vielleicht kann man es übersetzen, aber das macht ja dann auch keinen Sinn, wenn man eingebürgert werden will. Mal schauen. Obwohl, es gibt bestimmt viele Einbürgerungsteste, die auf Englisch sind, die ich auch machen könnte. Also, Kanada, Neuseeland, solche Sachen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.